So meine Lieben, jetzt gibt es hier eine Ansage, jetzt kriegt ihr beide eine Ansage. Was denkt ihr eigentlich, wer ihr seid? Ihr kleinen Scheißer, ja? Ihr spielt doch noch in der Sandkiste, oder? Sehe ich das richtig? Also erstmal muss ich sagen, es geht gar nicht, dass man Frauen, ja, und dann Videos als Nutten bezeichnet. Ihr könnt alles machen, aber ihr Leute da draußen, wisst ihr eigentlich, wenn ihr sie unterstützt damit noch, mit jedem Klick, dass sie noch mehr Kohle verdient dabei, wenn ihr auf diese Scheiße klickt? Das geht nicht. Simon, du hast genug verdient und Tugger, du denkst, du fließt in irgendwelche Sphären. Wer denkst du, wer du bist? Du bist Nobody. Ich arbeite hart dafür, ich arbeite stundenlang, ich mache wirklich Musik und ihr macht nur Kindergartenscheiße. Das ist das, was ihr euch zu sagen habt. Jetzt könnt ihr natürlich kommen und sagen, wer ist der Schnabel, der traut sich ja was, der traut sich ja sonst nichts. Ich traue mich noch viel mehr. Ihr sollt jetzt richtig Angst vor mir haben, richtig Schiss. Ich will, dass ihr wie die kleinen Schweinchen in eure Hütte geht und Angst vor dem bösen Wolf habt. Das sollt ihr haben. Macht das Beste draus. - Vielen Dank.